Die Bundeswehr kann davon ausgehen, dass Deutschland seine NATO-Quote von 2 Prozent in den nächsten Jahren immer einhalten wird. Und deshalb kann sie auch in den ganzen 20er Jahren und in den beginnenden 30er Jahren Bestellungen wirksam werden lassen, die für die Sicherheit unseres Landes wichtig sind. Denn darum geht es jetzt ja auch, dass man jetzt Bestellungen auslöst über größere Serien, die beschafft werden müssen und wo nach und nach geliefert wird. Und dass man nicht immer von der Hand in den Mund leben muss, wie das über viele Jahrzehnte der Fall gewesen ist. Jetzt hat die Bundeswehr erheblich mehr Mittel, als das lange Zeit der Fall war. Und es ist ein kurzer Zeitraum, in dem sich jetzt die Mittel für die Bundeswehr quasi verdoppelt haben, die jedes Jahr verfügbar sein werden. Wir haben in der Tat aus sehr guten Gründen andere in Europa und anderswo in der Welt gebeten, dass sie mehr tun für die Fähigkeit der Ukraine, sich gegen Raketenangriffe und all die Angriffe, die die ukrainische Bevölkerung jetzt erleiden muss, wehren kann. Und hoffen, dass es mehr Patriot-Systeme aus anderen Ländern gibt. Das bleibt unverändert so, dass jetzt die drei Schritte, die wir gemacht haben, auch gemacht worden sind, damit andere nachziehen. Herr Bundeskanzler, es gibt in den USA eine anhaltende Diskussion um die Fitness des amerikanischen Präsidenten. Sind Sie in Sorge, dass der Gastgeber von den Strapazen dieses Gipfels überfordert sein könnte? Und wenn das so wäre, welches Signal würde das aussenden? Die NATO will ja ein Signal der Handlungsfähigkeit und Stärke aussenden von diesem Gipfel. Vielen Dank. Nein, diese Sorge habe ich nicht. Aus den vielen Gesprächen, die ich mit dem amerikanischen Präsidenten geführt habe, weiß ich, dass er diesen Gipfel sehr gut und sehr präzise mit uns zusammen vorbereitet hat. Und viele der Entscheidungen, die jetzt dort getroffen werden und vorbereitet sind, sind ja im engsten Einvernehmen zwischen Deutschland und den USA entwickelt worden. Insofern wird das auch ein sehr erfolgreicher Gipfel sein. Vielen Dank.